Hallo bei den Spielzeugtestern! Wir haben gestern Plätzchen gebacken und haben versucht mit dieser Schokolade da unter anderem die Plätzchen zu überziehen. Aber irgendwie wurde diese Milchschokolade nicht richtig...ne die hatte Klümpchen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Und dann haben wir eine Tafelschokolade genommen und das hat super geklappt. Die Kekse sind hübsch hässlich, aber sie sind selbstgemacht. Perfekt. Und ein Ei. Oh, der wird schon übel. Wir haben schon so viele. Guck mal. Ich weiß. Das wäre bei mir schon längst. Warte, ich werde gleich zählen, wie viele da sind. Das kannst du gerne machen. Nein, sag ich. Wir wollten eigentlich oben anfangen zu filmen. Aber dann hat Mama mal gesehen, sie hat keine Speicherkarte drin. In der Kamera. Also muss man doch unten anfangen, weil hier unten die Speicherkarte lag. Supi. Guck, jetzt läuft es doch. 2€. Echt? Ja. Wow. Sarja, läuft bei uns. Aber jetzt gehen wir nach oben. Wir haben schon 16 Karten. mit Erfolg. So, jetzt sind wir aber oben. Auch mit Speicherkarte. Sonst würdet ihr uns gar nicht sehen. Ja. Beziehungsweise Hanna. Oh, was kleines. Ich glaube, einer von uns beiden muss sich gleich noch bürsten. Doch. Sie ist leicht wirr aus. Krause Haare, krause Sinn, haben sie zu mir immer gesagt. Liebe Grüße an Sandra. Ich weiß aber, so hieß meine damalige beste Freundin und ihre Mama hat zu mir immer gesagt, Krause Haare, krause Sinn. Dann kann ich euch das in der Zwischenzeit ja mal zeigen. So, das sind solche Nuppies hier. Ja. Rot, grün, lila und Hanna hat... Das ist blau. Oh, Verzeihung. In meiner Kamera ist es lila. Ja. Aber du hast definitiv gelb. Da ist was drin. Ja, eine kleine Kugel. Ach. Das ist eine Murmel, die man immer hier... Hin und her? Ja. Und wenn es kaputt ist, hat man noch eine Murmel. Okay. Ich dachte, man kann die auseinanderziehen, diese Dinger. Wie deine Röhren damals. Weißt du? Ja. Das habe ich gedacht, macht man da mit. Wusste ich nicht. Super cool. Thank you. You're welcome. Thank you for the happiest thing in your life. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Bebe. Bebe. Fudeln? Ja. Bebe. 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 Bebe